Ich bin gerade am Weg her gewesen, aber habe auf Sky-Go natürlich das Spiel verfolgt und natürlich cool, dass wir mit dem Sieg starten in die frühe Saison und ja, kann es so weitergehen. Super Mannschaft, also haben mich gleich extrem herzlich aufgenommen und es ist glaube ich nicht schwer, dass ich mich da jetzt wohlfühle und ja, also ich gebe Vollgas, dass wir unsere Ziele erreichen. Also natürlich, dass Fortuna ein Traditionsverein ist, das hat man mir nicht sagen müssen, das habe ich schon gewusst, aber natürlich über Bar-Abläufe oder wie es jetzt so im Verein vor sich geht, habe ich mich natürlich ein bisschen informiert, auch bei Michel Lindl und bei Robert Alma und ja, habe bis jetzt nur positive Sachen gehört und auch die ersten Eindrücke sind sehr gut. Natürlich so viele Spiele wie möglich zu machen und helfen, dass wir nie in den Abstiegskampf geraten und unsere Ziele erreichen, das heißt die Klassenerhalt und natürlich so weit wie oben möglich die in der Tabelle abschließen und ja, hoffentlich natürlich auch persönlich wieder meine Standardsituationen und meine Offensivstärke einbringen.